Miss Peregrine Fisher, Privatdetektivin. Ich hatte eine Verabredung mit einem der Opfer. Lassen Sie schön die Männer hier die Arbeit machen. Du brauchst wohl etwas weibliches Fingerspitzengefühl. Wer sind Sie? Jemand, der den Ding gern auf den Grund will. Wenn die Liebe zum Greifen nah ist, schnapp sie dir. Warte nicht auf einen besseren Tag. Die absolut aufregendste Frau, die ich kenne. Willst du mich heiraten? Untertitelung des ZDF für funk, 2017